Auch wenn man in der ersten Reihe sitzt, muss man manchmal auf den Beginn einer Veranstaltung warten, so heute Abend bei uns, weil die Live-Sendung, verstehen Sie Spaß aus Böblingen, eine Viertelstunde überzogen hat. Jetzt ist es aber soweit, der weiße Hai kommt, in den nächsten zwei Stunden treibt er sein Unwesen. Dieser atemberaubende Psychothriller ist einer der größten Erfolge des amerikanischen Kinos. Steven Spielberg hat ihn vor 15 Jahren gedreht und mit diesem Meisterstück begann sein Weltruhm. Der weiße Hai, so bemerkt noch unsere Filmredaktion, wendet sich an Zuschauer mit starken Nerven. Na denn, gute Unterhaltung.